Ist die Helena noch da? Ja. Du, ganz toll. Also wirklich, ich bin ein ganz großer Fan und du weißt was, mein ganzes Leben lang reiße ich mir den Arsch auf, damit ich mir Tom Hanks trinken kann. Und du lieferst dir einen Film auf, also Gratulation, ich finde das ganz, ganz toll. Ich bin ein großer Fan.